Heute haben wir ein Saatgutfest, solange wir noch dürfen, sind wir da, kommt vorbei, es gibt was zum Essen, es gibt gutes Saatgut, es gibt Tee, versorgt euch, solange ihr könnt, Ernährungssouveränität ist wichtig in Zeiten wie diesen, also vielleicht sehen wir es, bis 16 Uhr sind wir da, Ahoi!